Die Geschichte des Elektroautos ist sehr lang und detailreich und deswegen machen wir es in diesem Video kurz, knackig und mit viel Spaß. Wir kommen direkt mal zu dem ersten Punkt und zwar 1851. 1850 gab es schon das erste große Schienenfahrzeug mit Elektroantrieb. Tatsächlich die erste ernsthafte Elektro-Lokomotive mit einer Maximalgeschwindigkeit von 31 kmh. Das klingt jetzt vielleicht aus heutiger Sicht unspektakulär, war aber für damalige Zeiten unglaublich. 1881 gab es dann das wirklich erste Elektrofahrzeug, das eben nicht auf der Schiene gefahren ist, sondern das man eben frei bewegen konnte. Der französische Physiker Gaston Blanté erfand schon 1859 den wiederaufladbaren Blei-Akku. Ich glaube, das heißt dann Akku. 1881 stellte der Franzose Gustave Trouvé dann sein Elektrofahrzeug mit dem Namen Trouvé-Tricycle mit Elektromotor und genau eben diesem Blei-Akku in Paris vor. Also das erste dreirädrige Elektrofahrzeug mit 12 kmh. Ja, wie gesagt, auch wieder aus heutiger Sicht total lächerlich, aber für damalige Zeiten unglaublich. Ja, ab da an entwickelt sich die Branche der Elektrofahrzeuge rasant. Na klar, hauptsächlich waren noch dampfgetriebene Fahrzeuge auf den Straßen und es kam dann ab 1886, also so wird auch die Geburtsstunde des Automobils genannt, dann immer mehr Verbrennungsmotoren dazu. Im Jahr 1900 war allerdings in Amerika jedes dritte Auto ein batterieelektrisches Fahrzeug. Unglaublich, oder? Ja, da müssen wir heute erst wieder hinkommen und das hatte tatsächlich bis zu 100 km Reichweite. Also eigentlich für die damaligen Zeiten ein super interessantes Fahrzeug, allerdings gab es auch noch einige Probleme, muss man ganz ehrlich sagen. Die waren nicht so schnell beim Laden, waren auch nicht so sicher und die Lebensdauer war noch eher niedrig. Zusätzlich stellte sogar Porsche und der Kutschenhersteller Lohner den ersten Hybriden vor. Ja, auch schon zu damaligen Zeiten. Das Besondere also ein Elektromotor in eben den Radnamen des Autos und dann eben einen Verbrennungsmotor, der die Batterie auflädt. Also auch schon damals ein sogenannter Range Extender, den man ja auch heute in einigen Gefährten findet. Und dann kam die große Ablösung durch den Verbrenner. Die Frage aber, wie kann das passieren? Ab circa 1910 hat der Verbrennungsmotor den Elektromotor verdrängt. Und wieso? Was sind die Gründe? Ja, ein Grund ist, dass es jetzt einen Anlasser für den Otto-Motor gab. Vorher gab es noch eine Kurbel, das war natürlich nicht sonderlich attraktiv, denn immer so mit einer Kurbel zu starten. Der Anlasser, der das Ganze dann sozusagen automatisiert gemacht hat, hat natürlich den Verbrennungsmotor dann, sage ich mal, auf ein gutes Niveau gehoben. Und Öl wurde immer günstiger und Tankstellen haben sich verbreitet. Und natürlich auch da dieser attraktive Punkt, der ja immer noch aktuell besteht, dass man einfach Öl nachfüllt. Zack, das Auto ist sozusagen aufgetankt, also aufgeladen und es kann direkt weitergehen. Die damaligen Blei-Akkus haben eben noch lange Ladezeiten gehabt. Und jetzt kommt aber der Knackpunkt, wieso eigentlich der Verbrennungsmotor so erfolgreich war. Und zwar war es das Marketing. Das Marketing hat das Image des Verbrennungsmotors massiv aufgebessert, weil eigentlich waren die ja laut und haben gestunken, also Schmutz verbreitet. Aber das wurde durchs Marketing massiv abgelöst, indem sie einfach die Stärke des Verbrennungsmotors hervorgehoben haben. Und das hat wohl sehr gut funktioniert. Bis heute im Prinzip, denn dadurch hat sich eben der Verbrennungsmotor weiter durchgesetzt. Auch die beiden Weltkriege haben dabei geholfen, den Verbrenner weiter zu verbreiten. Und die Industrie ging dann eben voll auf den Verbrennungsmotor. Stichwort Ford, also Henry Ford, der den eben im vollen Einsatz hatte. Dann aber die große Rückkehr der Elektroautos und der Aufschwung der Elektromobilität. Und wodurch? Natürlich, wie es immer ist, durch eine große Krise. Ja, in den 90er Jahren gab es eine Ölkrise. Also man hat plötzlich gemerkt, hm, das Öl ist ja gar nicht so einfach ständig überall verfügbar. Und immer wenn Rohstoffe knapp werden, bekommen die Menschen Angst und suchen nach Alternativen. Auch hier ist das geschehen, das Interesse an Elektroautos ist wieder entfacht. Ja, VW und GM, also General Motors, haben versucht, Elektroautos in Kleinserie rauszubringen, sind daran aber eher gescheitert. Es gab zwar diesen General Motors EV1, also Electric Vehicle 1, und davon wurden auch über 1000 gebaut. Allerdings wurde dann irgendwann, obwohl die eigentlich ziemlich gut gelaufen sind, eingestampft, alle wieder eingezogen und verschrottet. Und man weiß bis heute nicht, was genau dahinter steckte. Wahrscheinlich hat sich die Ölkrise langsam aufgelöst und die Industrie hat gemerkt, wir können wieder richtig ordentlich Öl pumpen. Wir bekommen hier wieder ganz viel neuen Kraftstoff. Also brauchen wir die Elektrofahrzeuge nicht mehr und wollen sie auch gar nicht mehr. BMW hat sogar damals auf der IAA 1991 einen Prototypen vorgestellt, also einen Elektroautoprototypen mit dem Namen E1. Und auch Mercedes-Benz, das Modell Zebra, ja, ist wirklich so. Von denen hat man dann aber auch nichts mehr gehört nach einer Vorstellung auf der IAA. Das Schweizer Unternehmen Max Horlacher hat dann 1991 ihr Auto Sport 1 vorgestellt. Und das konnte damals schon, und jetzt haltet euch fest, knapp 550 Kilometer weit fahren mit einer Akkuladung. Also Stichwort Reichweitenangst war natürlich damals auch ein Problem. Wenn das Elektroauto keine große Reichweite hat, ist es nicht interessant. Und das hat ja im Prinzip hier der Horlacher absolut schon geboten. 1991 ist das nicht krass, ja. Aber ab den Nullerjahren ging es dann weiter. Dann kommen immer wieder weitere Elektroautos von kleineren Unternehmen. Das nimmt aber dann keiner wirklich so ernst. Und deswegen gab es dann einen großen Schock. 2006 wurde dann der Tesla Roadster vorgestellt. Das erste wirklich geile, schnelle und reichweitenstarke Elektroauto. Und zwar vom jungen Unternehmen Tesla Motors aus Kalifornien in den USA, kennen heute viele, ist im Prinzip der Elektroauto-Pionier. Auch wenn sie nicht die Ersten waren, haben sie aber Elektromobilität sexy gemacht. Denn sie haben gezeigt, dass ein Elektroauto richtig gut aussehen kann und dass es neue Maßstäbe setzen kann. Mit 340 Kilometer Reichweite, zumindest haben sie das kommuniziert, wahrscheinlich wohl eher am Ende 200 Kilometer. Aber im Prinzip also ein starkes Auto, was die Daten angeht, die technischen. Auch 215 kW haben gezeigt, das ist auch richtig sportlich, ja. Und ist nicht irgendwie langsam und langweilig. Ja, und danach kamen dann immer mehr Elektroautos auf den Markt, die sogar ziemlich gut nutzbar waren. Beispiel der Chevrolet Volt Mega E-City von Aixam. Ein Berlingo-Modell und viele weitere Modelle, wie zum Beispiel auch der i-Mi von Mitsubishi, der Peugeot ION oder auch der Citroën C Zero. Die letzten drei werden übrigens auch die Drillige genannt, da sie sehr baugleich sind. Ja, und seit dem Tesla-Modell S, also 2012, gab es da die ersten Auslieferungen, sollte klar sein, dass Elektroautos mit den Verbrennern absolut mithalten können. Zwar noch recht teuer, aber das ändert sich ja nun auch, ja. Dieses Jahr hat VW angekündigt, in den nächsten Jahren sogar Elektroautos mit einer guten Reichweite für unter 20.000 Euro anzubieten. Also eine ganze Produktpalette. Mit dem aktuellen Elektro-Up, also dem E-Up, kommt man sogar jetzt schon dank Förderung unter 20.000 Euro. Aber auch Unternehmen wie Ego, Mobile und Sono Motors, also Start-ups aus Deutschland, bauen interessante und auch sehr günstige Alternativen. Inzwischen hat jeder der großen Automobilhersteller eine eigene Strategie in Richtung Elektromobilität formuliert. Ja, die einen konsequenter als die anderen, aber es ist klar, Elektromobilität ist nicht mehr aufzuhalten. Es wird also immer spannender, eine geniale und emissionsfreie Antriebstechnologie wieder von den Toten auferstanden und nun dabei, die Welt für immer zu verändern. Ja, ihr seht, das war jetzt natürlich eine wirklich knackige, kurze Zusammenfassung. Die Geschichte hat noch viele, viele mehr Details und ist noch viel ausführlicher. Die könnt ihr euch natürlich selber nochmal ein bisschen aufbereiten. Das soll jetzt praktisch nur so ein gruber Überblick sein. Ich bedanke mich natürlich auch noch bei dem Einfach-Strom-Laden-Tarif, dem Autostrom-Tarif der Maingau-Energie, die diese Videoserie Einfach-Elektro-Auto hier unterstützen. Deswegen lief übrigens auch keine YouTube-Werbung am Anfang des Videos. Also, checkt mal also auch den Link zum Autostrom-Tarif der Maingau-Energie. Und ich freue mich, wenn ihr in Zukunft wieder mit dabei seid, wenn ihr unterhalb der Kommentare mal schreibt, welche Videos ihr noch in der Serie Einfach-Elektro-Auto euch wünscht. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Video. Tschüss! Tschüss!